Hey Christoph, hey Anna. Ich habe folgende Fragen an dich und zwar ist meine erste Frage. Hast du einen Lieblingsfilm? Wenn ja, welcher ist das und warum ist das dein Lieblingsfilm? Zweite Frage ist, findest du nicht auch, dass das Wort Selbsthilfegruppe ein wenig eigensinnig ist? Mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsfilm Natural Born Killers, den finde ich ganz geil, weil die einfach losmachen und wie Bonnie und Clyde da alles durcheinanderziehen und alles mitnehmen, was geht und Action und ach, das finde ich irgendwie geil. Das ist ein geiler, geiler Film, den muss man sich angucken. Den muss man einfach gut finden. Und dann Selbsthilfegruppe, ja, weiß auch nicht, wie du darauf kommst, so. Selbsthilfegruppe ist ja eigentlich ein ganz easy Wort, so. Selbsthilfegruppe, selbst, hilfe, selbst ist selber. Hilfe, hol dir Hilfe und Gruppe in der Gruppe. Also, ja, keine Ahnung so, sage ich, weiß auch nicht. Ist ein super Wort, ein bisschen komisch, aber eigentlich ganz klar. Das ist ein super Wort, ein bisschen komisch, aber eigentlich ganz klar.